Hallo YouTube, herzlich willkommen auf eurem GIMT Tutorial Kanal, mein Name ist Michael. Ja, heute möchte ich ein weiteres Tutorial machen, ein Lernvideo machen und zwar wie man ein Farbfoto, in dem Fall dieses Farbfoto hier, zu einer Bleichtiftzeichnung umwandeln kann. Das ist auch für Anfängerinnen und Umsteiger und so weiter natürlich geeignet, es ist nicht allzu schwer und deshalb werde ich auch heute ein wenig langsamer sprechen, weil ich ja in den Tags unten einfach auch hineingegeben habe, dass es für Anfängerinnen und Fortgeschrittene geeignet ist. Und wir werden arbeiten mit Duplizieren der Ebene, mit Ebenenmodi, mit Invertieren, mit einem Gauschenweichzeichner und so weiter. Und ja, wenn ihr unten die Beschreibung des Videos aufklappt, dann kommt ihr zu einem Link und da könnt ihr dieses Foto herunterladen. Ich habe mir das ein bisschen zugeschnitten auf 3840 mal 2160, weil ich hier in 4K produziere und ich möchte das später als Deckblatt benutzen. So, genug geredet, jetzt beginnen wir damit, dass wir die Ebene hier einmal duplizieren. Dazu gehen wir hier unten auf dieses Symbol mit der Maus, ziehen die Maus darauf und dann steht hier unten ein Duplikat dieser Ebene erstellen. Und zum Ebenenstapel hinzufügen. Das hier wird der Ebenenstapel. Das heißt, wir klicken hier einmal darauf und jetzt haben wir diese Original-Ebene hier einmal dupliziert. Stellt euch das so vor, wie wenn ihr von oben auf Folien drauf schauen würdet, ja. Durch durchsichtige Folien, ja. Wie bei einem Tageslichtprojekt oder so ähnlich, ja. Also ihr schaut von oben auf einen Ebenenstapel. So, das hier ist das Original, das behalte ich. Das muss nicht sein, kann man aber behalten, um später vergleichen zu können, ob hier diese Bleistiftzeichnung im Gegensatz zu diesem Farbfoto ein Erfolg geworden ist. Das heißt, ich werde jetzt hier unten, wenn ich auf dieses Auge hier klicke, die untere Ebene, die Original-Ebene deaktivieren. Im nächsten Schritt müssen wir hier aus dieser Ebene die Farben herausholen. Dazu gehen wir auf, Entschuldigung, Farben, Sättigung. Und wenn wir auf der Sättigung, wenn wir dieses Modul aufgerufen haben, sehen wir hier Skalierung. Die steht auf 1. Wir halten jetzt hier, wenn also unsere Maus hier so einen Pfeil macht oder was, klicken wir darauf und ziehen einfach ganz nach links. Und jetzt haben wir hier die komplette Farbe herausgenommen aus diesem Foto, also entsättigt. Bestätigen wir mit OK. Im nächsten Schritt müssen wir diese Ebene wieder einmal duplizieren. Das heißt, wir gehen wieder hier unten auf dieses Symbol, ein Duplikat, diese Ebene erstellen und zum Ebenenstapel hinzufügen, klicken einmal darauf. Und jetzt beginnen wir erst einmal zu verrechnen und zwar mit einem Modus, mit einem Ebenenmodus. Der steht hier noch auf Normal. Wenn wir jetzt hier draufklicken, auf Normal und festhalten, die linke Maustaste festhalten, dann können wir hier sehen, wie viele Ebenenmodi zum Verrechnen angeboten werden. Wir ziehen jetzt bei gehaltener Maustaste einfach nach unten, solange bis wir bei Abwedeln sind. Ihr seht, immer wo wir mit der Maus darüber fahren, wird anders unterlegt, dunkler unterlegt. Also auf Abwählen. So, wir brauchen das deshalb, weil wir gleich dieses Foto sozusagen invertieren müssen. Das heißt, wir werden hier auf Farben gehen, invertieren. Wenn ich invertiere, bedeutet das, dass die weißen Bereiche schwarz werden und die schwarzen weiß im Grunde genommen, einfach gesagt. So, jetzt seht ihr erst einmal, ja, gar nichts außer ein paar schwarzen Punkten. Das ist hier von dieser Kapuze da, sind ein paar Schatten am Hals hier und hier unten so ein bisschen vom Kragen. Dieses Hoodies nennt man das wohl, sagen die jungen Leute, Hood oder Hoodie, ja. Und deshalb gehe ich jetzt hier auf Filter, Weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner. Das hat man vorher schon auch unten in der Beschreibung angedeutet. Filter, Weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner. Und hier werden wir einfach die Standardwerte stehen lassen, also 1,5 und bestätigen mit OK. Okay, jetzt kommen wir dieser Sache schon langsam näher, ist uns natürlich viel zu wenig, so können wir das nicht lassen. Deswegen rechte Maustaste auf diese obere Ebene, nochmal, mit der Maus hier auf die obere Ebene, rechte Maustaste. Und dann gehen wir hier nach unten vereinen. Da steht dann diese Ebene mit der ersten darunterliegenden sichtbaren Vereinen und das machen wir. So, nun um diesen Bleistiftzeichnungseffekt weiter herauszuarbeiten, werden wir diese Ebene hier einmal duplizieren. Dazu gehen wir wieder hier unten hin, ein Duplikat dieser Ebene erstellen und zum Ebenenstapel hinzufügen, klicken darauf. Und jetzt verrechnen wir wieder mit einem Ebenenmodus, wie wir schon mal gemacht haben, normal. Und hier verrechnen wir mit dem Ebenenmodus, multiplizieren. Und jetzt wird das alles ein bisschen plastischer und kommt auch besser heraus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, über das Duplizieren dieser Ebene, die verrechnet worden ist mit Multiplikation oder Multiplizieren, diesen Effekt weiter herauszuarbeiten. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier unten hin und werde jetzt ein Duplikat dieser Ebene erstellen und zum Ebenenstapel hinzufügen. Und jetzt kommen wir da zu dem Punkt, wo man sagen muss, das ist dann Geschmackssache. Man muss aufpassen, dass es nicht zu stark wird vom Effekt her und auch nicht zu schwach ist. Also duplizieren wir mal. Einmal, ihr seht, und schon haben wir mehr plastische Darstellung, mehr Schatten, mehr Lichter. Nochmal duplizieren vielleicht und vielleicht sogar nochmal duplizieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar nochmal duplizieren. Aber die letzte Ebene war mir einfach zu viel. Jetzt haben wir praktisch diese Bleistiftstriche, die wir hier herstellen wollen, dementsprechend, wie wenn man mit dem Bleistift auf eine Zeichnung drückt, je nachdem wie fest, einfach herausgearbeitet. Also wir haben mehr Schwarzanteile, mehr Weißanteile und so weiter. Rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen. So, jetzt haben wir ja doch schon mal eine ganze Menge geschafft. Jetzt haben wir diesen Hintergrund hier. Das zeige ich ja mal. Ich dupliziere die Ebene noch einmal. Und jetzt gehe ich mal hier unten auf 400%. Und jetzt scrolle ich mal mit der Maus. Das könnt ihr scrollen. Und hier unten habt ihr dann solche Balken, wo ihr auch ziehen könnt. Dann müsst ihr festhalten und ziehen. Das seht ihr hier, haben wir in dem Hintergrund kein Weiß. Und das, das wollte man vielleicht ändern. Dann, dazu gehe ich einfach hin, abbrechen, bringe die weiße Farbe hier nach vorne. Dazu muss ich hier auf diesen Knick gehen mit der Maus. Bei mir gestaltet sich das ein bisschen schwierig, weil ich so eine große Maus habe und auf 4K produziere. Und da ist GIMP noch nicht ganz so weit. Ab der Version 3.0 wird das sich verändert haben. Dann wird auch das alles größer sein. Jetzt brauchen wir hier einen Pinsel. Und ich nehme mal eine, ja, wie sagt man, eine harte Pinselspitze, eine 100er. Und wenn ich jetzt hier, ihr seht, haben wir so einen weißen Rand schon ein bisschen. Wenn ich jetzt hier ganz vorsichtig entlangfahre, das muss nicht zu 100% toll sein, dann seht ihr, dass ich hier den Hintergrund von diesen Bleistift-Tupfern befreie. Das dauert einen kleinen Moment. Ihr macht das natürlich noch viel schöner als ich und werdet dann dementsprechend auch den Pinsel kleiner machen und noch weiter vergrößern auf 800%. Aber wir werden das gleich schaffen. Das geht relativ schnell. Und ihr werdet sehen, das lohnt sich in allem auf jeden Fall, das so zu machen. Also werden wir jetzt einfach hier einmal hineinfahren. Jetzt mache ich das wieder kleiner, damit ich hier in die Ecke kann. So. Und, ja, in der Zwischenzeit erzähle ich ein bisschen was über den Kanal. Der Kanal besteht jetzt über sechs Jahre. Und als ich angefangen habe, das war ganz lustig, dann habe ich, ja, die ersten Videos, wie ich die hochgeladen habe, habe ich dann innerhalb von fünf Tagen vielleicht sieben Aufrufe gehabt, ja. Und ich habe immer gedacht, oh weh, warum wird es denn nicht mehr, ja. Ich gebe mir doch Mühe. Und dann habe ich den nächsten Tag das nächste Video gemacht. Und ihr müsst wissen, ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ich habe das nicht studiert oder mir hat es kein Lehrer gezeigt, sondern ich habe mir das alles selbst beigebracht, was ich hier mache, durch Abschauen, Kopieren, Verbessern, Verändern. Und, ja, dann nach dem ersten Monat hatte ich hier ein paar Videos, was weiß ich wie viel, vielleicht so 20. und hatte, naja, so vielleicht 150 Aufrufe bei allen, ja. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja, dieses Gimp, das will ja gar keiner lernen und hat kein Interesse daran. Vielleicht liegt es ja an dir, dass das einfach nicht besser wird. Aber das habe ich dann später gelernt, auch durch, ja, Kontakt mit anderen Creatern und auch mit den Abonnentinnen und Abonnenten, die dann gekommen sind. Zum Teil sind die ja heute noch bei mir. Das freut mich, ja, ungemein, dass Leute da sind, die schon fünf, sechs Jahre hier sind und das alles verfolgt haben. Das haben mir die Leute geschrieben, das liegt nicht an mir, weil ich habe gedacht, vielleicht bin ich zu unsympathisch, ja, für die Leute und rede hier irgendwelches dumme Zeug und so weiter. Und dann hat man mir gesagt, nein, das liegt einfach nicht daran, sondern es liegt daran, dass man einfach abwarten muss. Man muss fleißig sein auf YouTube, der Algorithmus, der muss einen erkennen und dann spricht sich das auch langsam herum und dann kommen immer mehr Leute von außerhalb und so weiter. Ja, und jetzt bin ich hier bald bei, also über drei Millionen Klicks mit diesem Kanal und bald habe ich hier über 20.000 Abonnentinnen und Abonnenten mir geschaffen in den letzten Jahren und ich bin also weit über 1.400 Tutorials, 1.400. Also war ich fleißig, so wie man mir das gesagt hat und vielleicht jeder andere hätte es schon längst hingeschmissen, weil man muss auch bedenken, wenn ich hier ein Video mache, die allermeisten schaffen die Tausendergrenze gar nicht. Also 1.000 Klicks auf einem Video bei mir, das ist dann schon viel, wenn ihr mal auf meinen Kanal geht und schaut mal die Videos durch. Da werdet ihr viele, viele Videos finden, die bei 500 stehen, bei 800 stehen, bei 1.000 stehen. Es gibt natürlich auch die bei 2.000 und 3.000 und 4.000 stehen und ich habe auch ein paar, die sind viel besser geworden und die gehen auf die 70.000 zu. Aber das sind die wenigsten. Das heißt, ich schaue das mal hier und dann höre ich auf gleich mit dem Gequatsche. Ihr seht, also wenn man dann zum Beispiel denkt sich, ach mein, jetzt hast du das Video gemacht, hast dir so viel Mühe gegeben und da kommen nur 800 Aufrufe zusammen oder Klicks zusammen, dann ist man dann schon mal demotiviert. Aber dann fällt einem ein, okay, du hast hier ein Linux auf deinem PC, die allermeisten Leute arbeiten eben mit Windows noch. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe so ein bisschen Kratzen im Hals, liegt am Winter. Und ja, die benutzen auch GIMP gar nicht in dem Sinne, weil da wird lieber Photoshop gekauft oder sowas, oder ein Crack benutzt oder was auch immer. Und dann war auch klar, dass eben die meisten Leute heute, die auf Instagram sind und so, die haben ja mit dem Arbeiten hier gar nichts am Hut. So, jetzt passe ich das Foto wieder ins Fenster ein und jetzt einfach über eine Tastenkombination. Ihr werdet SDRG drücken, Umschalt drücken und Halten und J. So, dann kommt ihr hier hinein. Also, und dann habe ich halt irgendwie immer weitergemacht und glaubt mir, also, ne, da gibt es ja YouTuber, die kaufen sich jedes Jahr einen neuen Porsche und so. Bei mir wird es dann für eine Kaffeemaschine vielleicht reichen. Wenn überhaupt. Aber das ist nicht schlimm, ich mache das ja aus Freude hier. Und dementsprechend, ja, also, ihr seht, guckt mal, wie schön das wird, wenn wir jetzt hier uns die Zeit genommen haben. Ich habe da ein bisschen gequatscht über den Kanal und ich weiß ja nicht, ich bin ja schon über 60. Wir werden mal sehen, wie lange ich das noch mache. vielleicht noch ein paar Jahre, aber ich bin mir dieser Geschichte nicht so sicher. Gut, das haben wir jetzt gemacht so. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir hier, also, den Hintergrund heraus. Da haben wir, ja, diese Bleistift-Tupfer sozusagen weggemacht und ihr könnt jetzt wieder Tupfer hinmachen oder Striche, wenn ihr das wollt. Hoppla, das wollte ich nicht, sondern die Löschte-Ebene, sondern wir duplizieren diese Original-Ebene wieder einmal über ein Duplikat dieser Ebene erstellen und jetzt können wir hier, ähm, Filter, auf Filter gehen, künstlerisch und hier haben wir die Möglichkeit, eine Leinwand anzuwenden. Das könnt ihr dann machen und ihr seht, so haben wir dann wieder ein paar Tupfer. Die könnt ihr, ähm, ja, einfach so machen, könnt es stehen lassen und jetzt, wenn ihr wollt, dass diese Tupfer sozusagen nicht auf dem Gesicht sind und auf diesen anderen Sachen, einfach rechte Maustaste auf die obere, Oh, ich muss ein bisschen langsam machen, weil es ja für Anfängerinnen ist und so weiter, rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, eine Maske hinzufügen, die ein nicht destruktives Bearbeiten der Transparenz ermöglicht und wir gehen hin und nehmen eine weiße Ebenenmaske volle Deckkraft. Und jetzt könnt ihr die Farben wieder hier standardmäßig einstellen, wenn ihr da drauf klickt. Jetzt muss ich wieder finden. So, und jetzt haben wir ein Schwarz hier und jetzt könnt ihr hier mit einem Pinsel wieder einfach wieder schöner machen. Okay, ich mache es schöner, ich schnuddel nicht so rum, damit ihr auch alle was davon habt. Dann kann ich noch ein bisschen quatschen und ihr könnt es sehen, hier nehmt ihr einfach so ein bisschen heraus, hier das Ganze. Das muss nicht 100% genau sein. Ich möchte es auch jetzt nicht übertreiben. Ihr macht das, wie gesagt, viel schöner als ich. Besser, jetzt fahrt ihr einfach hier hin, dann könnt ihr nämlich dieses Muster hier, diese Leinwand, könnt ihr wieder von der Zeichnung, die wir gemacht haben, herausnehmen. Erscheint mir als sinnvoll, das Ganze, weil die soll ja nicht durchscheinen in dem Sinn. Und dann hebt sich das noch ein bisschen besser ab hier. Ich mache das mal ein bisschen schöner hier. Und ja, so und dann bin ich auch gleich fertig. Ihr werdet sehen, das dauert nicht mehr allzu lange. So ein bisschen nach links hier, nach rechts natürlich. Rechts und links wird ja oft verwechselt. Wer mal mit seiner Frau Auto gefahren ist und hat sie einen Plan lesen lassen. Früher haben wir noch Pläne gelesen. Da hatten wir noch in den Autos, wo wir hinfahren müssen, Straßen, Karten. Und da hat sie gesagt, da hat eine Frau gesagt, habe ich gesagt, und wo müssen wir denn hin? Nach links. Und dann bist du nach links gefahren und dann war es aber, oh, das war ja rechts. Deswegen lieben wir unsere Frauen auch, weil scheinbar, aber das ist alles schön. Nicht, dass ich hier, um Gottes Willen, nicht, dass ich hier als sexistisch rüberkomme oder was. Im Gegenteil. Ich finde das ganz wunderbar. Wir Männer haben dann andere komische Sachen an uns, wie aus der Kneipe die Tür reinfallen und keine Ahnung, komische Sachen machen. Aber das ist ja nicht liebenswert für die Frauen. Im Gegenteil, ist eher belastend. Also, besser ist, nicht in die Kneipe zu gehen und nicht besoffen nach Hause zu kommen. Aber gut, das sind einfach Dinge, die kommen im Alter. Wenn man jung ist, dann will man feiern. So, also, jetzt haben wir das so gemacht, jetzt mache ich das ein bisschen größer und jetzt kann ich das hier so ein bisschen noch besser machen. Ihr seht, ich arbeite immer mit einer harten Pinselspitze. Das bietet sich hier bei diesen Kanten an einfach und jetzt werde ich das hier schön herausarbeiten nochmal und dann sind wir ja auch schon bald fertig. Ich habe ja auch heute genug gequatscht. Aber das, was ich jetzt mache, das müsst ihr natürlich so nicht machen. Ihr könnt es auch vorher so lassen und diese Leinwand auf der Zeichnung lassen. Das ist halt so eine Marotte wahrscheinlich. aber ich finde es halt einfach schöner. So, und jetzt könnt ihr natürlich noch eins machen. Ihr könnt, schauen wir mal hier an der Maske sehen wir, okay, da müssen wir noch so ein bisschen nacharbeiten. Hier, da wird es jetzt schwarz. Dann wird es hier auch schwarz. Dann haben wir hier noch so ein bisschen weiß. Schauen wir mal, ob wir das wegkriegen hier. So, weiß. Dann haben wir hier noch so ein bisschen weiß, dass wir wegmachen müssen. Und hier unten, vielleicht so. So, jetzt können wir Folgendes machen. Rechte Maustaste auf die Maske. Ebenenmaske. Hier, Auswahl aus Maske. Genau, das wollte ich. Auswahl aus Maske. Und jetzt werden wir hier auf diesem vorderen Knopf hier unten, da steht, eine neue Ebene erstellen und zum Ebenenstapel hinzufügen mit den zuletzt verwendeten Werten. Das heißt, wir werden hier eine transparente Ebene erzeugen. Hier steht Transparenz Ebene und bestätigen und bestätigen mit OK. Und jetzt können wir hier beispielsweise noch so eine Textur hineinziehen, können die Filter weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner können die noch so ein bisschen weichzeichnen. Da bekommen wir hier so einen Hallo-Effekt, das ist kein Problem. Rechte Maustaste auf die Deckkraft der Ebene gehen wir mal auf 20%. Dann haben wir hier so ein bisschen noch so ein bisschen dunkler das Ganze hier hinten gestaltet. Müsst ihr aber nicht. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ja, ich mache es wieder weg. Ebene löschen, rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen und nun sind wir fertig. Genug gequatscht für heute. Ja, Farbfoto zur Bleichtichticht Zeichnung machen, geeignet für Anfänger, und Fortgeschrittene und so weiter. Hier ist das Original, Auswahl nichts, das ist noch die Auswahl aus der Maske gewesen und hier haben wir unsere wunderbare, unsere wunderbare Bleistiftzeichnung. Ihr könnt es noch ein bisschen schärfen, wenn ihr wollt, verbessern und scharf maskieren. Da kommt es noch anders ein bisschen besser raus. Mir ist das zu viel, ich lasse das so und ja. Okay, herzlichen Dank fürs Schauen, mir hat es Freude gemacht. Ich hoffe euch auch für die neuen Menschen, die mich näher gefunden haben. Gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanal-Symbol, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Schauen, ich zeig's noch einmal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020